Drei, zwei, eins, los! Arme meine Bewegungen ab, während wir an dieser Position arbeiten. Beuge mich beim Ausatmen vor und berühre mit beiden Händen die Zehen. Gehre nun zur Ausgangsposition zurück. Arbeiten wir an der Beine nicht gleich. Überraschung. Gehre nun zur Ausatmen. Gehre nun zur Ausatmen. Ich habe meine Bewegungen ab, während wir an dieser Position arbeiten. Beuge ich auf den Ausatmen. Ja, da ist die Beine nicht gleich. Gehre nun zur Ausatmen. Gehre nun zur Kante. Gehre dann weiter. Gehre noch auf den Abstand. Im Kante. Gehre noch auf den Abstand. Gehre noch auf dasك. Wir haben uns einen Abstand geholt. Das ist ein Wettbewerb. Beinmuskulatur. Teile dein Gewicht gleichmäßig an beide Beine. Fünf, vier, drei, zwei, eins, vorbei! Der Sieger ist... ...der an der Beinmuskulatur. Die WeFit-Trainerin. ...der an der Beinmuskulatur. ...der an der Beinmuskulatur. ...der an der Beinmuskulatur.